Ja, ich begrüße euch zum nächsten Trailerchen heute am Tag der Deutschen Einheit. 3.10.2023. Ich habe es dann getitelt als ein oder mein Special. Ja, wie kann ich das jetzt auf die Schnelle jetzt hier bringen? Da mal das gestellte Verhältnis der Deutschen zur eigenen Nation garantiert. Aber das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu einfach dargestellt. Ihr seht ja hier Werte, Moralverlust, hoflose Gottlosigkeit, Spaltung, Denunziantentum, permanente Angst, Bedrohung, Migration, permanente Schuld und so weiter. Also das ist eine ganze Reihe von Faktoren, die da reinspielen, dass es eigentlich eben keine Einheit ist. Unabhängig jetzt des Mauerfalls und unabhängig jetzt der Wiedervereinigung. Das wird so unter diesen Umständen wohl nach meinem Dafürhalten, meiner Analyse, meiner Interpretation nicht geschehen können. Nun gut, könnt ihr dann wieder sehr gerne schauen bei VK, Bitschut, Odyssee oder Rampel. Tja, und dann würde ich sagen, sehen wir und hören wir uns doch gleich wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.